Der Tech-Milliardier Elon Musk will angeblich jeden Monat 45 Millionen Dollar in einen neuen Fonds einzahlen, der Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl unterstützen soll. Musks Spenden in Höhe von umgerechnet etwa 41 Millionen Euro sollen laut dem Wall Street Journal an eine politische Gruppe mit dem Namen America Pack gehen. Die Gruppe wird sich demnach darauf konzentrieren, die Wählerregistrierung, die vorzeitige Stimmabgabe und die Briefwahl in sogenannten Swing States zu fördern. Swing States sind Bundesstaaten, in denen sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Eigentlich sind individuelle Wahlkampfspenden in den USA auf 3.300 Dollar pro Person begrenzt. Schlupflöcher im System der Wahlkampffinanzierung ermöglichen es politischen Großspendern jedoch, an Fonds zu spenden, die Kandidaten unterstützen. Musk hatte am Sonntag nach dem Attentat auf den Ex-Präsidenten offiziell seine Unterstützung für Trumps erneute Kandidatur verkündet.